So, schönen guten Abend. Immer fleißig hier am rumgeiern. Läuft eigentlich gar nicht schlecht momentan. Musst du so ein bisschen abwägen können. Zwischen Gewinner und Spins. Aber sonst kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Läuft ein bisschen abwägen. Spins. Ja, muss noch ein bisschen abwägen. Ja. Spins. Alla. Das ist das was. Immer. Aber so, die Kiste luftet sich schlecht, würde ich mal sagen, aus meiner Sicht. Ich habe schon andere Sachen gesehen, aber schon eigentlich okay. So lange die Anima wieder reinlassen, ist es eigentlich okay. Die Kisten, die nichts machen, sollte man sofort direkt abdrücken, nächste Kiste. Ich habe es auch gerade dreimal gemacht und bin eigentlich damit ganz gut gefahren. Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. Ja. Da war mal kurz jetzt schmerzlos. Ohne Pieps. Ich habe gerade zu drehen. Aufsache also, die Ball zu drehen. Ja, Diamant. Nee. Nee, 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 nee. Hier geht noch alles. Und da er die Zehn und dann bin ich ein bisschen mehr knetig, dann kann ich auch wieder russchauen. Verbinden. Ja, wie kann man nehmen? Ach, nehmen wir mal die 20. Übrigens, Leute, ich bin auch bei Twitch, ihr könnt mich auch gerne bei Twitch abonnieren. Und zwar heiße ich da auch der, also 10-Cent-Zocker heiße ich da auf ihr, auf twitch.tv. Ich will mich darüber freuen, wenn ihr mein Abo da lässt. Dann werde ich in nächster Zeit auch noch mal online zocken. Natürlich auf 10 Cent, wie immer. Schauen wir mal, ob man da ein bisschen mehr abstauben kann online. Ja. Gucken wir mal. Dann muss ich hier mal hergehen. Also 4, 4 Euro musst du da reinknallen, dann wirst du sehen, ob er läuft oder nicht. Ja. 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 Ja, dann stellt sich die Frage, wie geht es weiter danach? Das ist ja auch da gehen. Das ist alles vorbei. Ja, aber definitiv viel Kieler, denke ich mal. Boah, Batterie da rechts reingestellt. Breath. Nochmal zurück, oder? Nein, da ist man einfach... ...wacht mit zu den Rand. Puh... Wie ist das... Wie ist das Eklich? Ach... Ich bin nervt. 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 All right. Erstmal, wenn ich schon gedacht habe, dass es ein Gerät ist, dass man da irgendwie ein Hunderter auskitzeln kann, aber da wird mich doch getäuscht, naja, so ist das manchmal. Wenn die nicht wollen, dann ist das halt, dann ist das Ende. Schon einige Kisten, die bis 100 Euro, da hinten war auch gerade die magische Grenze, so 30 Euro, 40 Euro am Ende. Aber bei uns kann man eigentlich auch manchmal ein Hunderter auskitzeln. Die 10 Cent ist also kein Problem, ob ich es natürlich nur in den Spins steigern kann, kann man da schon mal ein Hunderter auskitzeln. Ja. 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 Man kann auch sagen, ein leichtes Aufbäumen. Ja. Aber nicht mehr in der Kiste hier, du. Schade. Obwohl, wenn ich jetzt überlege wäre, ich bin sicher locker so mit 50 Euro hier rausgegangen, nicht mehr im Puss, aber hat den Bogen natürlich jetzt ein bisschen überspannend in der Form und war weiter die Spins genommen. Aber vor 40 in etwa Puss gehabt, weil ich jetzt ganz ehrlich bin. Ja. 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 Ich sollte es jetzt mal verbringen. Ja. Ich möchte mal einen spinnen. Ja. 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 Was ist denn ein bisschen geil? Das ist ein kreuziger jetzt an den Spins. Braucht immer mal ein Spin rum. Dann merkt man dann auch, dass die Messe dann schon gelesen ist. Ja, war sogar noch ohne Geräusche gerade. Jetzt komme ich auch langsam zum Schluss, gehe mit dem Arsch in der Falle auf Deutsch gesagt. Nie vergessen zu abonnieren, zu liken und schreibt euren Senf da drunter, ich lese mir alles durch. Ich habe nichts anderes zu tun und würde mich ja freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Der Spielbetrieb geht wie gewohnt weiter. Wir sind ein bisschen auf dem Lucky V-Trip, aber naja. Und tschau. Ich schaue dazu. Vielen Dank.